Herzlich willkommen beim Rania-Zentrum bei unserer Videoreihe Wissen für die neue Zeit. Mein Name ist Elena Martin und ich habe heute ein ganz spannendes Thema und ein sehr interessanter Gast, Alexander Kallen. Guten Tag. Alexander Kallen kommt aus Russland. Er ist ein Wissenschaftler, ein Bewusstseinsforscher und auch ein Heiler. Er arbeitet in einem Institut, wissenschaftlichem Institut für Gehirnforschung und Menschenentwicklung und sein Schwerpunkt ist die Verbindung von der klassischen Wissenschaft mit Moderne, Physik und sogenannten Themen aus der Esoterik. Und heute sprechen wir mit euch zu einem Thema, was heißt Telegonie. Was ist das Telegonie? Telegonie, das ist ein uraltes Wort und in Übersetzung von Griechischem bedeutet. Tele bedeutet fern oder entfernt und Goni, das sind Eltern, das heißt Telegonie, entfernte Eltern. Ein ziemlich altes Begriff. Es ist auch bekannt, dass Telegonie schon von Aristoteles, das heißt vor ein paar tausend Jahren, erwähnt wurde. Man findet dieses Wort auch in der Hauptlehre von Darwin. Und über Telegonie gibt es tatsächliche Dokumenten aus dem Anfang 19. Jahrhundert von dem Lord Morton. Er hat einen Fall beschrieben und richtig Dokumentar erfasst. Das war eine Züchtung von der Pferdzüchtung. Und der Lord Morton hatte eine Stute, eine Pferdenstute. Und diese Stute wollte Kreuzung machen mit einem Zebraart mit Namen Quagga. Quagga, das heißt es wurde versucht eine Kreuzung zu machen mit dem Zebraart Quagga. Und was danach rauskam, als diese Stute in den weiteren Jahren, als die mit anderen Pferden bedeckt wurde, der Nachwuchs hatte Streifen wie von dem Zebra Quagga. Dieser Fall wurde erfasst. Es war nicht ganz klar, wie sowas möglich ist. Und in der Tierzüchterei wird das immer wieder berücksichtigt, diese Erscheinungen. Es gibt Fälle, dass auch bei der Schweinezucht mit der Kreuzung von Wildschweinen kam sowas raus. In Bezug auf die Menschen wird das kaum erwähnt, aber es gibt auch hier Informationen. Jetzt frage ich Alexander in unserem Dialog, woher kamen diese Streifen, Zebrastreifen, bei dem Nachwuchs von diesem Pferd, wo Vater nicht mehr Zebra war? Ja. Lizzyl, ein guter und ein guter. Um es zu erklären, muss man erst einmal wissen, was das Leben ist. Jetzt gehe ich in die Rolle von der Dolmetschlin. Das heißt, wir haben mal Dialog, wo ich erzähle. Und wir haben immer wieder auch jetzt, werden wir heute in unserem Dialog Momente haben, wo ich in die Übersetzung gehe. Eine sehr interessante Frage, und das ist gerade Schwerpunkt von Alexander, von seiner Arbeit, von seinem Institut. Was ist das auf der feinstofflichen, metaphysischen, wissenschaftlichen Ebene, was ist da passiert? Damit man versteht, woher bekamen die Babys von der Stute, wo wirklich der Vater auch Pferd war, die Streifen von Zebras, soll man verstehen, was ist das ein Lebewesen? Das ist natürlich, was ein Lebewesen ist, das ist jetzt nicht ein Thema, was man in zwei Minuten erklärt, aber wir versuchen. Das ist gerade sein Schwerpunkt, das ist gerade, mit dem jetzt so viele Menschen sich beschäftigen, was ist die Verbindung zwischen der Wissenschaft und so genannte neue Wissenschaft und, wenn wir das sagen möchten, geistige Spirit-Themen. Und wir probieren das jetzt zu erklären, wirklich ohne viele wissenschaftliche Begriffe, sodass es wirklich für jeden einfach und klar wird. Wir alle, alle Menschen und die Tiere, wir haben physische Körper, physische Körper oder grobstoffliche Körper. Das ist etwas, was wir sehen, tasten können, das sind unsere Knochen, das sind unsere Muskeln, Haut, auf jeden Fall das, was sichtbar und fühlbar ist. Aber es ist auch bekannt aus ganz vielen Schriften, Informationen, Quellen, dass ein Mensch, auch ein Tier, hat auch noch etwas, was nicht nur Fleisch und Knochen ist. Das heißt, ein Mensch hat auch etwas Feinstoffliches, feinstoffliche Körper oder, was man dann sagt, Wesenheit oder Aura oder die Seele. Es ist tatsächlich, es gibt ganz viele Begriffe, wir reden oder viele reden über das Gleiche, einfach mit unterschiedlichen Namen. Das heißt, es gibt ein physisches, grobstoffliches Körper und es gibt feinstoffliche Körper oder metaphysische Körper. Was passiert, wenn zwei Lebewesen zusammenkommen? Das heißt, was passiert, wenn ein Austausch passiert, Geschlechtsverkehr passiert? Wir reden jetzt über Geschlechtskontakt. Wir reden jetzt über Geschlechtskontakt. Es ist auch ein Kontakt mit metaphysischen Körper. Bei dem physischen Kontakt oder Verbindung von zwei Partnern oder auch zwei Tieren, es ist ähnlich, vermischen sich und verbinden sich auch deren feinstoffliche Körper. Ja, ein so называемый energetический, ja, можно называть energetический отпечаток. Und ein bisschen wissenschaftlicher ausgedrückt, die feinstoffliche Körper oder die Wesenheit eines Menschen, das ist sein Energieinformationsaufbau. Und wenn zwei Lebewesen zusammenkommen, wenn sich die feinstofflichen Körper miteinander vermischen, es entsteht sogenannte Energieinformationsabdruck. Ein Partner hinterlässt Abdruck von seinen Energieinformationen bei dem anderen und umgekehrt. Beide Partner bekommen Energieinformationsabdrücke gegenseitig. Und es gibt ganz viele Fakten oder Forschungen, Informationen, die nachgewiesen sind, dass der erste Partner hinterlässt der stärkste, der tiefste Energieinformationsabdruck bei dem anderen. Abdrücke hinterlassen alle Partner, das heißt, alle Frauen bei dem Mann und alle Männer bei der Frau. Und bei Tieren ist es ähnlich, nur der erste Partner oder Partnerin hinterlässt der stärkste Abdruck in den feinstofflichen Körper eines Menschen. Das heißt, jeder geschlechtliche Kontakt hinterlässt Energieinformationsabdrucke bei dem Menschen und ein Abdruck auf den anderen. Je mehr Partner, je mehr physische Kontakte, desto mehr Abdrücke und aller stärkste ist der erste. Und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, woher bekamen die Zebrastreifen, die weitere Nachkömmlinge von der Stute, obwohl der tatsächliche Vater waren dann die Pferde und reißige Pferde, trotzdem die Nachwuchsbabys bekamen immer wieder die Zebraspuren auf deren Beinen. Und das betrifft jedes Lebewesen, wie bei den Menschen, genauso bei den Tieren. Und wenn das, was Tierwelt angeht, es gibt tatsächliche Dokumente und Fallbeschreibungen, Erwähnung von Aristoteles und dann Darwin-Theorie und dann wirklich Lord Morton. Und es gibt weitere Fälle, wenn das in der Tierzucht oder in der Tierwelt so etwas dokumentiert wurde und ist und ist bekannt. Alles, was Menschen betrifft, diese Information wird nicht bekannt gegeben, obwohl die bekannt ist. Die Fälle sind da. Und Alexander, meine Frage, was passiert tatsächlich bei den Menschen? Was passiert mit den Kindern, wenn eine Frau vor ihrer Heirat eins oder mehrere Kontakte hatte mit anderen Männern? Das heißt, die Information von dem vorherigen Mann oder Männer geht auf die Kinder oder Kind der Frau? Und was passiert? Was bekannt ist, Energieinformationsabdrücke von allen vorherigen Partnern bleibt in einem feinstofflichen Körper oder in der Wesenheit der Frau, aber nicht nur der Frau. Das Gleiche, die Abdrücke bleiben auch von allen Frauen bei dem Mann. Was ist weiter? Was ist hier gut? Was ist hier schlecht? Wo gibt es die Gefahr oder wo sind die Vorteile? Und hier gibt es noch zweite Komponente. Und wenn der erste Mann ist nicht der jetzige Partner und wenn der erste Mann oder die Männer ist nicht der Vater, von den Kindern. Bei der Teleganieforschung ist bekannt, dass die Energieinformationsabdrücke, das ist alles Positive oder Schwächende bei der Person ist. Das heißt, Teleganieforschung ist psychische und physische Gesundheit vom Partner, das ist seine Genetik, das ist zum Teilsein oder ihr Charakter, Eigenschaften. Und das alles geht auf den Partner rüber. Опять-таки, прекрасно, если весь набор Partnerов за всю жизнь был идеален. Но это практически не бывает в жизни. Und in dem Fall ist es wirklich super und es ist wunderbar, wenn der vorherige Partner oder wenn der Partner ist gesund, psychisch, physisch, hat keine schwere Süchte, hat keine kaputte Genetik oder irgendwelche ganz, ganz schwere Belastungen. Das heißt, in den jungen Jahren kann sein, dass der erste Kontakt oder die ersten Kontakte waren vielleicht unter Alkoholkonsum. Oder das waren einfach, der Mensch war auf der Suche nach dem richtigen Partner, hat vieles ausprobiert. Oder das war wirklich jemand, der gar nicht so richtig gepasst hat. Das heißt, wir haben dann in Wirklichkeit so, es betrifft noch nicht nur die Kinder, sondern eine Frau, ein Mann trägt in sich Abdrücke von dem vorherigen Partner oder von einem oder von mehreren und die können wirklich belastend sein. Вы же знаете пример, что люди, например, два партнера, когда живут вместе, они действительно становятся друг на друга похожи. Есть такое? Es ist bekannt, und das kann sicher jeder von euch kennt, die Fälle, wenn Mann und Frau längere Zeit zusammen sind, die Partner werden irgendwie ähnlich. Oder wenn jemand bestimmte Charakterzüge hat, das überträgt sich auf den Partner. Wie das Positive genauso das Belastende. Das heißt, fast alle Menschen tragen in sich diese Energieinformationsabdrücke von einem Partner und diese Informationen können positiv oder belastend sein. Meistens, leider, haben wir einige Mengen an belastenden oder störenden Informationen, sogenannten fremden Informationen. Und dann entsteht sicher die Frage, kann ich mich davon befreien, von diesen fremden Informationen, von diesen Abdrücken, vielleicht von einem Partner, mit dem ich jetzt keinen Kontakt habe, die jetzt keine Väter sind für meine Kinder. Und wenn ich jetzt noch weitere Kinder wünsche als Frau oder ich bin jetzt eine junge Frau und ich möchte mir gesunde Kinder haben, gibt es Möglichkeit, hier etwas zu tun? Und jetzt meine Frage an Alexander, weil er in diesem Gebiet schon ganz, ganz lange forscht, und wir bieten auch auf diesem Gebiet schon einige Jahre Seminare und Möglichkeiten, um das zu lösen. Meine Frage ist, was kann man machen, damit man sich vom Fremden und Belastenden befreit? Es gibt eine Methode, die sehr, sehr viele Jahre ausgearbeitet wurde. Es gibt eine Technologie, wo man die Menschen von diesen fremden oder belastenden Abdrücken befreien kann, für immer. Nur von den Belastenden. Und wir haben schon über diese Methode erzählt, zum Beispiel beim Joe Conrad, im Interview mit ihm zusammen, sogar mit einer Vorführung. Wir haben das schon auf den verschiedenen Kongressen vorgeführt, zum Beispiel auf dem Akasha-Kongress oder im Welt- und Wandel-Kongress. Wichtig bei dieser Methode ist die Individualität. Das ist keine Massenmethode. Hier muss man einen individuellen Zugang haben zu jeder Person, weil wir sind alle individuellen und wir haben unterschiedliche Partner. Ja, действительно, методика индивидуальная. Und diese Methode ist möglich, wenn man teilnimmt an einem Online-Workshop, aber dadurch, dass es nur individuell möglich ist, bei der Anmeldung braucht man ein Foto von dem Teilnehmer. Das ist jetzt, kann man sagen, der einzige Unterschied zu den vielen anderen Workshops, die man kennt, bei uns oder woanders. In diesem Fall braucht man die Person selbst. Und vielleicht ganz kurz zu diesem Workshop, das wird angeboten online, damit die Menschen, internationale aus der ganzen Welt, in dem Fall deutschsprachige Menschen, teilnehmen können. Wichtig, dass man bei der Anmeldung sein Foto zuschickt. Und in diesem Workshop, wir, естественно, объясняем более подробно, was Telefonia ist, welche ihre последствия, welche ihre причины, откуда, was. Bei diesem Workshop, Alexander, erklärt konkreter mit Beispielen, der Begriff und die Folgen und der Ursprung der Telefonie. Ну, естественно, основное и самое главное, это идет убирание этих нежелательных отпечатков. Und das Wichtigste, es geschieht die Befreiung oder Löschung von den belastenden, schwächenden oder fremden oder nicht mehr erwünschten Energieinformationsabdrücken von allen vorherigen Partnern. Das heißt, alles, was positiv und fördernd wirkt für den Träger oder seinen Nachwuchs, das bleibt selbstverständlich. Es bleibt auch natürlich Information, es wird erklärt beim Workshop, von jeder Person, die für euch wichtig ist, die man liebt oder geliebt hat und so weiter. Entfernt wird nur das, was jeder Teilnehmer selbstbestimmt, was als fremd oder belastend für immer weggehen darf. Основное и главное, освобождение от отпечатков. Für was ist das positiv oder für was ist das fördernd? Die Befreiung von den Energieinformationsabdrücken von den vorherigen Partnern, nicht von allen, wie gesagt, sondern von den Informationen, die Schwächen blockieren, machen vielleicht ungesund und so weiter. Erstens, man wird mehr selbst, das heißt, man kommt zu dem wahren Ich, zu sich selbst. Man ist mehr befreit von den Fremdinformationen, die auf uns wirken können. Das Zweite, man ist frei von den schwächenden Gesundheitsinformationen, das heißt von den psychischen und physischen Gesundheitsschwächen oder Belastungen. Das Nächste, man wird auch befreit von irgendwelchen belastenden Glaubenssätzen, Erfolgsfaktoren. Wir haben einfach schon über Feedback von vielen Teilnehmern bekommen, die Leute schreiben, ich fühle mich jetzt sauber, ich bin jetzt ich selbst, ich werde erfolgreicher, ich kann jetzt besser durchschlafen. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, wenn jemand vorhat, Kinder zu bekommen, die Kinder tragen dann die Informationen nur von Mama und Papa und keine fremden Informationen von allerlei. Oder auch wenn es nur ein Partner ist, was einfach nicht dazu gehört. Und das wirkt sehr, sehr gut auf die Gesundheit von Kindern, auf deren Psyche, auf deren physische Gesundheit, auf die weitere Entwicklung, auf deren Persönlichkeit. Und in unserer jetzigen Zeit, das ist unwahrscheinlich wichtig, damit der Mensch klarer wird, für was ist er da auf diesem Planeten. Was ist seine wahre Aufgabe, was ist sein wahres Selbst, seine wahre Qualitäten, Eigenschaften. Man ist weniger beeinflusst oder geblendet von dem Fremden. Und das ist ganz wichtig. Deswegen, wir laden euch alle herzlich ein, für alle, die das möchten und wünschen, sich von den Telegani-Belastungen zu befreien. Wie man sagt, damit unsere Kinder die Grüße aus der Vergangenheit in sich nicht mehr tragen und wir auch selbst als Träger davon befreit und sauber sind. Und selbstverständlich, wir laden sie auch sehr herzlich, ganz herzlich zu den Seminaren und Studienreisen von Alexander. Und wir möchten uns auch, wir würden uns auch sehr bedanken für eure Fragen, für eure Wünsche oder auch für euer Feedback nach diesem Workshop. Es gibt ganz viele Themen, neue Wissenschaft mit klassischer Wissenschaft. Es gibt sicher ganz viele Fragen. Wir warten auf eure Fragen, auf eure Wünsche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.